Ununterbrochene Betrachtung des Selbst Kommentar zum 382. Vers des Viveka Chudamani Shankara schreibt Dieses Selbst muss man durch ununterbrochene Betrachtung frei von anderen Gedanken klar erkennen und als das eigene, wahre Wesen erkennen Diesen Etam sollte man erkennen wie Janiyad mit einem Bewusstseinsstrom Vridya also durch einen Vorgang der Vritis, der Gedanken Achinaya ungeteilt Und dann verfährt man Svasvarupataya das eigene Wesen sehr deutlich Richte deinen Bewusstseinsstrom in Richtung Selbst Spüre dein Selbst Erfahre dein Selbst Und das geht eben in den zwei Schritten die er ja im letzten Vers beschrieben hat Der erste Schritt ist Wahrnehmen das Wahrnehmbare Der zweite Schritt ist Das Selbst selbst wahrnehmen Das ist zunächst mal ein Bewusstseinsprozess Das Selbst nimmt sich selbst wahr Spüre dich selbst als Freude Spüre dich selbst als Wissen Spüre dich selbst als Bewusstsein Mache dir dich selbst bewusst als Bewusstsein Dort richte deine Aufmerksamkeit hin Während der Meditation Meditiere darüber Wenn du heute noch nicht meditiert hast Dann mache deine Meditation so Wiederhole vielleicht ein Mantra Dann frage dich Wer wiederholt ein Mantra? Und dann spüre denjenigen der das Mantra wiederholt So gehst du in das Selbst Oder auch am Tag Du gehst vielleicht Spüre der Körper geht Sei dir bewusst Ich bin derjenige der beobachtet wie der Körper geht Dann sei dir bewusst Ich bin der Beobachter Und dann richte dein Bewusstsein auf das Bewusstsein selbst So erfährst du dich selbst als Selbst